guten morgen leute ich habe zehn sekunden geschlafen das war sehr ekelhaft es tut mir wirklich leid but i'm müde man und ich schiebe isyan in okay ich sehe langsam wieder aus wie ein normaler mensch der outfit of the day is like a green pullover green hose and large hey what's up my man like today we got a good friend here from west side colorada and like we met him at the airport you know and like things like i missed him and so that's why like we were doing some stuff today we have another video gedreht wo wir im park waren und einmal geld fahren lassen einmal irgendwo köder cash liegt einmal das einmal sagen ja ich habe mein cash verloren hast du irgendwas gesehen und wenn er gesagt hat ja ich habe es gesehen habe ich noch mehr cash gegeben als er gefunden hat so die filme dann gab es leute deren glaube an die menschheit wieder hergestellt wurde also richtig krasses video und wir sind aber erst jetzt damit fertig das ist ein neues video sollen wir unser leben ficken das um 23 uhr 30 hochladen und sollen es morgen hochladen entscheidet jetzt bitte das ist auf jeden fall in prolin digga Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Es wurde den ganzen Tag gebaut, Digga. Es steht noch fast nichts. Ich habe die Hotelkarte vergessen. Matretze regelt. Bisasam wurde zu Bisasamenspender. Und ja. Weird ass, Mann. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, meine Leute und Mädchen. Und alles zwischen ihnen. Auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite. Ich dachte, meine Kraftreserven waren aufgebraucht. Aber dann hatte ich Hunger. Gute Nacht, Mann.